wir haben ein match wie gesagt die heute sind im auge so geko turn zwei machten 6k swing lead ability wirft perona ab thrash 2 und spielt direkt perona aus ishu und zuru im trash zuru ist schon mal sehr gut für den geko move und hören so ishu willst du er in der hand haben wobei doch 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 vor allem auch gerne perona perona geht auch ziemlich schnell auf hohe handkarten mit den jetzigen wano bilds was immer gern gespielt wird mountain king wurde für perona abgeworfen also character perona und wir sind jetzt im zug von perona sehen wir eine rümer erstmal lead ability character perona 5k swing mit leader und wird in den one care abgewehrt das haben wir jetzt noch einen ryuma oh yori wird getrasht ja da ist der jummer und noch meine handkarte damit ist die perona ko wir gehen wieder in den tern von geko man spielt mein brand new aus für zwei bildschirm den trash ich hab da schon mal einen hellen map box sehen neben ein boss salino und dann geko moria ist auch wieder ein trash genauso wie ein dr hochbeck den kann das jetzt so cool mal schauen was jetzt macht also hat jetzt noch genug dann offen für die der bille die machten 6k swing tab 2 für die der bille die trashed sind noch mal hochbeck und china bringt dr haukbeck zackdruck ist schon und eine perona werden zurückgelegt mit wahrscheinlich in die hand jetzt muss man sagen das ist der vorteil an geko leader dass du sehr effizient deine deine achtergeckos hast denn den vater hat und den nachteil haben wir perona und robert dass die die das nicht so so haben so effizient haben so wir gehen in den tern von perona perona aktiviert glaube ich lead ability ja dr haukbeck wird getappt 7k swing mit ryuma doch nicht oder doch sogar vorkbeck geht kaum dann sabbo und die schwarze und die skatu Dann wirft ein Ischo ab, eine fehlt noch, ein Borsalino, dann 5K-String mit Leader, nimmt der Gecko, kein Trigger und damit geht es wieder zurück zu Gecko Moria. Gecko jetzt auf 7 dann normalerweise, wenn du das sagst. 2, 4, 6, ja, 7. Also Gecko sind wir erst bei Gecko, jetzt nächste Runde. Oh, da zeigt ganz schön seine Handkarten. Was haben wir da an? Dr. Hockberg? Ah nein, das war der Trash. Oh, stimmt. Stimmt, du hast recht. Die Red-Enders-Sabo-Spielerin, die hat anscheinend aus dem Krankenhaus, ich wollte jetzt die Vermutung nicht aufstellen, aber es ist anscheinend bestätigt, dass die aus dem Krankenhaus gespielt. So, Leader-Billy-Devock, der hat aktiviert, aber noch nichts abgeworfen. Na, was macht er? Wirft der Rebecca ab. Trash 2. Perona, Hawkback. Ah, Perona, okay. Muss wieder eine Karte trashen. Da wird eine Zuro abgeworfen für Perona-Effekt. Und ein Momonoske für den Six-Cat-Spring ging anscheinend auf Ryuma. Und ein Borsalino für 4. Oh, Ben Beckmann. Oh. Ich freue mich schon auf die Folgen, wenn es wieder weitergeht bei One Piece, also aktuell im Anime, wenn Marcelino dort in Aktion tritt. Aktuell ist ja gerade ein bisschen Flashback-Time. Ja, ich habe den Verband gesehen gehabt auf der Seite. Und viele haben gemeint, dass im Hintergrund die Heizkörper und das ganze alles nach Krankenhaus, oder der Tisch, was er gespielt hat, dass es all genau nach Krankenhaus ausgeschaut hat. Aber ich habe da nicht so genau drauf geachtet. So, Bleedability, Tap, Borsalino. Six-Cat-Spring mit Ryuma in Borsalino vermutlich. Oder auch live, es wurde auf jeden Fall ein 2K-Counter abgeworfen. Six-Cat-Spring mit Sabo. Noch ein 2K. Könnte alles auf live gewesen sein. Also die Hand von Gekko ist sehr 2K-Counter-lastig. Weil das ist jetzt schon die dritte Sinti, die ich vorher auch nicht abgeworfen für Leadability. Leider nein. Also sowas ist leider noch nicht berichtet worden. Und das werden wir wahrscheinlich erst im Nachhinein sehen. Und wir haben hier den ersten Gekko-Moria. Geekko-Moria bringt Borsalino und Momonosuke zurück. Also nochmal ein... Oh, Bam, Beck, Mann. Sehr schöner Zug auf jeden Fall von Perona. Gekko fängt an mit einem Swing auf Momonosuke mit Brand New. Ja, Gekko. Hat seine Aufgabe erledigt. Hat einen Attack getankt. Hat Gekko-Moria irgendeine Cost-Reduction, Ice Age, Soap Sheep oder Monkeys sind also verrückt und spülen Tempest Kick in Gekko-Moria? Oder ich habe auch schon einen Moria gehabt im Team, der, wie heißt das, Odd-Patch-Corture oder wie? Auf jeden Fall, dass Dressosa event gespielt hat. 5K-Swing-Perona-Character wird mit einem Borsalino geblockt. Ja, er schaut sich schon sein Trash durch für sein Gekko. Aber ein Gekko hat kein Absalon drin. Das stimmt schon, also wenn man die irrsinnige Combo von Robert gewohnt ist, dann wirkt so ein Gekko-Play von Perona doch sehr underwhelming. Da habt ihr recht. 6K-Swing mit Leader. Ohne Ability. Wie haben wir dann zukehrt gewährt? 5K-Swing mit Borsalino nimmt er. Kein Trigger. Und da ist er, der zweite. Gekko-Moria. Hawkpack und Sindri. Ich glaube, er wird Sindri wohl zuerst rewerfen. Brand New. Zuru. Nochmal ein Gekko. Borsalino. Helmepo. Alter, wie? Wo sind die ganzen Absalon? Dann Dr. Hawkpack. Resolve. 2 unter Stack. Also er wird auf jeden Fall den Gekko in die Hand nehmen. Und zwischen Brand New. Und ich könnte mir noch vorstellen, dann ist Sindri. Ja. Und der Stack. Ah, er nimmt Zuru und Sindri. Legt die unten rein. Und nochmal ein 8er Gekko in die Hand. Also auch hier bei dem Gekko, diesen Gekko fehlt einfach der Absalon. Oder ich weiß nicht, ob der Lucci spielt. Auf jeden Fall, das hat er halt auch gerade gefällt. Im Trash. Ob er die Kostreduktion durch Ice Age oder auch andere Optionen in der Hand hat für 1. Schwierig zu sagen. Für 1. Ice Age. Ich gehe mal davon aus auf den Gekko, weil so kann ich jetzt ein Gekko tappen mit Leadability. Das ist auch ein super Play für Perona. Dann ein 11k Swing mit Gekko. Vermutlich auf den Gekko. Und da zwei Tonnen benutzt wurden, wenn man jetzt keinen neuerlichen Gekko bei Perona sehen, braucht es ja aktuell nicht. Zwei dann auf Ryuma. 8k Swing mit Ryuma. 5k Swing mit Perona. Vermutlich auf Perona. Da kommt bei dem mal der Absalon. 5k Swing mit Borsellino. 2k. 6k Swing mit Sabo. Der geht richtig aggressiv rein. Da ist finally Perona down. Und nochmal ein Sabo. Und da wurde nochmal ganz kurz eine Hand zur Karte gezeigt. Ich glaube, das war nochmal ein Ice Age. Wenn ich es richtig erkannt habe. Er wirft eine Otterma ab. Und nochmal ein Gekko. Okay. Crazy. Otterma und Gekko abwerfen ist crazy. Aber wahrscheinlich braucht er... Ja, wenn er einen Counter braucht, warum wirft er Otterma ab? Oder er hat zwei Tuker-Counters. Das kann nicht er auch sein. 6k Swing mit Dr. Hockbeck. Auf Borsellino ging das. Dann 6k Swing mit Lieder, wo er mit dem Tuker-Counters wird. Dann kommt nochmal... Gekko Moria. Vergesst nicht, alles ist Sabo-geschützt. Dementsprechend bringt sie ein Absalon hier nichts. Also wir werden wahrscheinlich wieder ein Brand New mit Dr. Hockbeck sehen. Müsste ja noch ein Zweiter im Trash sein. Oder er holt sich mit Rebecca einen Tuker-Counter einfach aus der Hand. Und deployt einen Block. Das kann natürlich auch sein. Ne, da ist der Dr. Hockbeck. Wird jetzt wahrscheinlich Brand New zuerst resolved. Rebecca, Hockbeck. Absalon. Whiff. Tut in der Situation ziemlich weh. Dann Hockbeck. Ja. Holt sie mit die Perona auf die Hand. Legt eine Rebecca. Und vielleicht noch eine Zuru. Ja. Rebecca und Zuru. Es ist ja schon ein hellen Mapboy im Trash. Daher kann man easy die Zuru's wieder zurücklegen. Und wir sind wieder in Turn von Perona. Perona beginnt mit einem 5K-String. Wir haben in einem 1K abgewährt. Was ich noch anmerken muss. Beide Sabos bei Perona sind übrigens die Seed Battle Promos. Also wirklich sehr schönes Promo. 7K-Swing mit Rihuma. Auf Dr. Hockbeck. Der geht ko. Dann mit Leadability wurde der zweite Dr. Hockbeck getappt. Also war doch... Dann war es die Zuru, was ich gesehen habe. Ihr habt etwas Blaues aufblitzen. Also so Blau aufblitzen mit ein bisschen Gold dabei gehabt. Also deswegen bin ich davon ausgegangen, es war die alte Art Ice Age. Aber das war dann wahrscheinlich Zuru, was ich vorher gesehen habe. Wie er mit Sabo gezogen hat. Weil sonst hätte er schon längst Ice Age gespielt und den Gecko tappt. 6K-Swing mit nochmal mit dem zweiten Sabo. Also Perona starft halt auf jeden Fall Gecko. 2K-Counter. 9K-Swing mit Gecko. Auf den Brand-New? Und nochmal... Gecko-Moria. Er setzt Rihuma durch Barcelona. Oh, Ben Beckmann. Und damit geht es wieder zurück zur Gecko-Moria. Marcelino ist halt auch immer wichtiger geworden. Na, vor allem, was ich nicht verstehe, er hat vorher einen 6K-Swing auf Live gemacht. Er hat Gecko... Also, dass es wirklich mit Gecko auf dem Brand-New gegangen ist. Das war jetzt ganz komisch auf jeden Fall, ja. Weil er ist ja vorher mit Sabo auf Live gegangen und der hat ihn mit dem 2K rausgekanntert. Aber anscheinend würden wir ihn wirklich aufs Übelste starfen. Das war übrigens schon der vierte Gecko-Moria in dem Match. Okay, Sabo lost a KO-Gain. 7K-Swing mit Leader. Ohne Ability. Oder überlegt er noch. Ne. Da wurde ein 2K abgerufen. Dürfte ja wahrscheinlich wieder auf einen Sabo gegangen sein. Und der fünfte Gecko-Moria. Und diesmal ist der Sport nicht Sabo geschützt. Das heißt, der Hellen-Mapper-Absalon-Kombo könnte den zweiten getappten Sabo kähern. Aber er entscheidet sich für Counter. Was, glaube ich, schlauer ist. Also mit einem Brand-New-Hogback-Kombo. Aber in der Hoffnung, dass er mit Brand-New... Wahrscheinlich irgendeine Art von Counter findet, was er mit Hellen-Mapper jetzt hat. Und eben mit Dr. Hogback holt er sich einfach wieder einen 2K-Counter zurück. Sei es jetzt eine Sindri. Oder eine... Ja, da wird schon ein Gecko-Moria unter Stack. Oder er holt sich den Gecko. Will er jetzt den sechsten Gecko dieses Games rausspielen. Tatsache. Absalon und Zuru werden zurückgek. Und er nimmt sich einfach ein Gecko-Moria in die Hand. Holy. 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 Was ist das gerade für ein Game, Leute? Wir haben mittlerweile schon... 5 Gecko-Morias gesehen. 12K... Nein, 11K... 11K-Swing auf den Captain Moria. Erwöhnen die Counter ziehen. Geht K.O. Leaderability ist noch offen. Nicht, jetzt nicht mehr. Jetzt ist er... Der Dr. Hogback ist jetzt tapped worden. Oder wenn... Dann attached. Das heißt, wir sehen keinen Gecko-Moria bei Perona. 8K-Swing mit Perona auf Dr. Hogback. Interesting. Was ist jetzt dein Plan? 9K-Swing mit Sabo. Ah, geht feinerlich auf live. Und nochmal... 12... Auf live. Damit geht es wieder zurück zu Gecko-Moria. Ja. 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 macht ein 9k-Swing auf Sabo mal Perona enthält er hat Perona einen 2ge-Counter und wenn er 2 anlägt dann oder so ok 6k-Swing mit Leader ich vermute mal auf den Sabo der Gekko hat jetzt sehr viele Handkarten gekriegt durch die Attacks of Life hat einen guten Refill gekriegt und wenn er schlau ist der Gekko holt er sie ja weil Barcelona bringt sie nix der wird einfach mit Leader Ability Sabo geht ko Tenkei mit Gekko hat er 2ge ja hat 2ge und jetzt sind wir am 6. Gekko Moria jetzt sind wir wieder die Brand New Dr. Hawkback ja Brand New Dr. Hawkback Combo überspielt die Sindri Brand New zuerst Barcellino holst du natürlich die Perona zurück ne ich glaub wir hatten 7 beim Milan ich glaub in Milan waren wir bei 7 Gekos aber ich glaub das war über das Best of 3 aufteilt ich glaub in einem Single Match glaub ich ist das glaub ich die höchste Zahl da habt ihr recht so Gekko haben jetzt mehr als genug Handkarten und ich glaub Perona ist jetzt grad fast dazu gezwungen zu finishen ne ich glaub ich glaub Perona ist jetzt grad fast dazu gezwungen zu finishen 9-Castring mit Gekko nimmt er ist jetzt 9-10-10 machen oder oder Earth 9-9 na macht er schön 19-10 nein kein swing mit Gekko Impressive wäre wenn er jetzt ein 15k rausholen könnte aber dann countert er jetzt Zuru dann wahrscheinlich schlau wärst du wenn du jetzt die Perona wo so was abwirfst Helmepo und Perona ja 5 wie viele Handkarten zu viele er müsste also Perona müsste fast auf Risiko gehen mit ich glaub 10-10 es gab ihn eher die Line als wie 9-11 er probiert es 9-11 2-K 2-K ah 1-K 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 oh ja hat's und Earth ja EarthCastring mit Perona er hat's er hat's aufgeben ok es ist die Frage zack hat's schade schade ich hätte jetzt gern ich hätte jetzt gern gewusst äh was noch die letzte Karte war und das letzte Live aber trotzdem sehr sehr stark vom vom Gekko dass er das rauskommt und hat können aber ganz ehrlich insgesamt sechs Gekos davon vier davon auf Seiten von Gekko Moria das war puh und eine Menge